Willkommen bei profischnapp.de hier im Schnäppchenkeller in Impfingen. Heute zeige ich Ihnen eine Sofagruppe zweiteilig, Cumuli, die Nummer ist 4309. Ein Sofa mit Vollfunktion, das ist das große hier und ein Sofa ohne Funktion in Leder Longlife Rustica Wolke, also hart weiß. 2,05 Meter breit ist das große Sofa, 1,50 Meter breit das kleine Sofa, es handelt sich um ein Messestück. Nun, was kann ich Ihnen über diese Garnitur sagen? Hier haben Sie einen Griff, Sie sehen es hier oder auch nicht, da ziehen Sie dran, dann schnallt die Fußstütze raus. Schön, das ist schon bequem. Jetzt verlagere ich mein Körpergewicht nach hinten und jetzt schiebt der ganze Beschlag nach vorne, sehr toll. Und ich ziehe mir das noch vor, jetzt kann ich auch noch ein bisschen zurückgehen, ideale Position, um den Abend ausklingen zu lassen. Davon habe ich hier zwei Sitze in einem Sofa, ganz einfach geht es wieder rein, den Beschlag kann ich mir im Kopf sogar strecken. Und das Sofa hier hat den gleichen Sitzkomfort, toller Sitzkomfort, ist aber stark, weil es ja zumeist über die Ecke steht. Okay, klassisch weiße Farbe passt gut zu allem, ist eine Nichtfarbe, vor allem natürlich zu schwarz, grau, anthrazit und diesen Tönen, aber auch rot sieht gut dazu aus. Ein Messestück, diese Garnitur stand also auf einer Fachmesse, drei bis vier Tage, für einen Wahnsinnskurs. Beide Teile zusammen, ohne Lieferung, unter 3000 Euro, bei uns jetzt als Schnäppchen. Wir haben genau ein Stück, eine Garnitur, die verkaufen wir hier ab, weil wir Schnäppchen Spezialist sind. Wenn Sie die Gruppe sehen wollen, dürfen Sie uns natürlich gerne hier in Empfingen besuchen, Probe sitzen, selbst ausprobieren. Sie ist filigran gemacht, die Technik ist unkaputtbar, Sie brauchen nur 20 cm Platz nach hinten. Jetzt habe ich fast zu viel geschwärmt, Entschuldigung, aber das wäre eine Gruppe, die würde ich auch meinen Eltern empfehlen, weil hier der Sitzkomfort ganz toll ist. Auch ich brauche so einen Sitzkomfort, ich mag nur nicht die ganzen Hochlehner, aber das ist Geschmackssache. Wenn Sie also so etwas suchen, einen Hochlehner mit Funktion, einer klassischen Farbe, dann schnappen Sie zu bei Kummoli. Dankeschön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt.